Eröffnungsfeier. Und ich glaube, auf diesen Auftritt haben sich viele Duisburger heute Abend schon sehr, sehr gefreut. Ihre Wandlungsfähigkeit, das ist ihr Markenzeichen, aber auch ihr besonderes Gefühl für und ihr Umgang mit Musik. Fürs Komponieren, für die Sprache, für ihre Lieder, die sie selber schreibt. Die haben Power, sie haben Optimismus, sie sind aber auch zugleich schwermütig. Auf jeden Fall berühren sie Herz und Seele. Sie ist 22 Jahre alt, sie kommt aus Duisburg und in diesem Jahr war sie zum ersten Mal beim Traumzeit-Festival mit dabei. Seid ihr schon so weit, wenn ich sie jetzt ansage? Ja? Wunderbar. Herzlich willkommen und viel Spaß jetzt mit Stina Hornquist. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.